Guten Morgen und Hoi an der Daniels Kitchen Show und wir machen heute Weihnachtsplätzchen. Biscuit de Noël. Voila. Du febräst. 150 Gramm Butter. 125 Gramm Butter. 100 Gramm Zucker. 1 E. 5 Centiliter Wasser. Und 50 Gramm Butter. Hier ist die Butter. Die können nur ein Apparat und eine Butter machen. Und Zucker. Jetzt müssen wir den Mischer machen. Das ist ein Kinn. Bistel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lampen so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 15 Minuten Untertitelung des ZDF, 2020 Boa! 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 Das ist besser, wenn man in Arabisch ist, aber es ist besser, wenn man in Arabisch ist. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich sehe ja von der Flocker, natürlich mein erstes Rezept. Auf der Facebook, vergiss nicht mein Satz zu liken. Schade. Nicht schlecht, nicht gebucht. Er ist zum Beispiel, der meine Gänzeuge ist. Ich habe den einen Schmuck gegeben. Ich habe den Schmuck noch gemacht. Ich habe da gesehen. Ich habe den Schmuck und Swahne. Und ich habe den Schmuck. Ich habe die Gänzeuge. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. An den Dich, die muss nur 12 Stunden an den Frigo gehen oder eine halbe Stunde an den Triff können, gut. Voilà. ja bock ich kriege das da raus muss mit der Hand weg sein Das ist ein das ist der 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 die 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 hier voilà marschie fort da wollen wir back das 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 den her ah wir holen ein spachtul so das frigo Und hier sind die da los. Hier hin. Voilà. Lipp! Voilà! Handel fashion! Einmal mit Dingern. Hi. Hallo. Probeige David. Hi, das ist mein Dingern. Hallo. Einfach dazu. Voila. Habe ich gesehen? Hallo. Zwei Stunden auf dem Frigo setzen. Voila, das wäre es dann gewesen. Ich schwinge das nachgewünscht.